Ihnen und euch erstmal ein frohes, glückliches, neues Jahr. Es wird immer wieder die Frage gestellt, wie lange darf ich denn noch ein frohes, neues Jahr wünschen? Ein frohes, glückliches, neues Jahr dürfen Sie natürlich so lange wünschen, wie Sie möchten. Wer soll es Ihnen denn auch verbieten? Aber es gilt dann folgende Empfehlung. Bei guten Bekannten oder guten Freunden, guten Kunden oder auch Familienmitgliedern wundert es sicher niemanden, wenn Sie auch nach einigen Wochen noch ein gutes, neues Jahr zum neuen Jahr gratulieren. Es kommt ja oft vor, dass man sich zum ersten Mal im neuen Jahr sieht. Bei Fremden empfiehlt es sich, den Neujahrsgruß auf die ersten beiden Wochen zu beschränken. Wenn Sie elegant einleiten wollen, dann können Sie den Gruß zum Beispiel erklärend mit Wir haben uns dieses Jahr noch nicht gesehen. Ich möchte Ihnen auf jeden Fall ein gutes, neues Jahr wünschen. Oder das neue Jahr ist zwar schon so und so viele Tage alt, Aber ich glaube, für einen guten Wunsch ist es sicher noch nicht zu spät. Ich wünsche Ihnen ein gutes, neues Jahr. Mit besten Grüßen, Ihr und Euer Heinz Bader Das ist ja auch sehr gut in你好.